Also so? Hm. Hätte ich vor gehabt, ja. Wie lang geradeaus weiter, oder? Nach oben halt, oder? Achso, dann kann ich hier den auch wieder rausnehmen. Racketenton 65. ACP sollte man vielleicht nächste von der auch mal machen. Wollen wir nicht noch einen Turm bauen? Reicht doch so ein Leben nicht. Wie kommt denn jetzt? Ach, das geht sogar. Vier Krieger sind ich Spucker. Ah, geil. So. Also wollen wir noch irgendwas spawnen, oder soll ich einfach meine Punkte irgendwo reindrücken? Huuuuii. Ja, pack das mal. Huch. Das war das. Ich bin dann zum Haus ist verloren gegangen. Hm. Bei mir nicht. Okay. Du liegst hier oben. Kurz einen Moment. Wahrscheinlich ist der Mini-Disconnect von deinem Router. Ja. Aber nicht direkt von meinem Router, ist einfach nur ein Mini-Disconnect gewesen. Okay. Oh nein, hier sieht man nicht. Sieben Oberfläche. Vielleicht. Ender noch angekommen. Verbindung wird hergestellt. Okay. Kann man mitten in den Spiel rein, John? Kann man anscheinend. Ja. Gibt ich irgendwas zugezeichnet vielleicht? Bitte? Ich überleg dann grad, ob ich irgendwas zugezeichnet krieg. Bitte lad jetzt nicht so ewig, meine Güte. Spiel. Hoch. Komisch. Ach, Slower. Albus. Dein Geld. Ich hab damit übrigens Punkte verloren. Ne, hast du nicht. Die wurden auf uns aufgeteilt. Deswegen hatten wir jetzt jeder 80. Ach so. Äh, wohin? Slower? Glaube ich. Slower. Kyrus. Kyrus? Kyrus. Das ist das Ding, ja. Slower. Ach so, ja. So. Auf geht's. Mal kurz, ich stell mich mal hier hin wegen den Spuckern. Jetzt gehe ich um den Ranzer. Das ist doch alles vor, dass ich vor gasSc' Dosch trott. Wie man fühlt was sein kann? Mit sich allesư mira hin zu sein. Minneapolis. Wir wollen den Ranzerёнchen der Artenbomen. Auch die Kribles suchen zu sehen. Was ist das für einen der Nach participation des Spuckern? Diehere sind diese communications auskommen. Aber was sehen, was Formulieren gerichtet. Das war wohl mixed zusammen. nebenbei ich bin nicht gut aufgenommen dann mach ich so wenig Schaden alleine fuck ich darf nicht werden au halt dich zurück, halt dich einfach zurück die machen ja halt nicht ganz weg mach mal die Spucke so ein bisschen keine Idee ja, davon nehmen sie aus, wenn ich gerne halte nee, den hier kann ich ausweichen hört an dafür hab ich genügend Marco das ging doch jetzt relativ gut ich weiß aber, dass ich beide Waffen verwendet habe und trotzdem gerade gekriegt habe, was der Bauer nicht kennt komisch vielleicht liegt es daran, wenn man irgendwie nicht alle Plattform gesetzt hat oder so, keine Ahnung nur mit Glück schwemme ja das geht schein wir sind das geregte Problem da kann sich einfach irgendwie dazu gesellen und ewig ewig reinhauen ja oder wenn wir das anders bauen keine Ahnung du glaub ich mehr sind das wieder nach unten zu bauen nee das hoch und dann kannst du am Kern vorbei bauen das ist hier hinten das ist der beste Weg ja die ACP 45 jetzt nicht mehr ja mach mal die voll mach mal voll 70 oder 55 wollen wir in einen neuen Turm setzen langsam wird es vielleicht nötig wir haben so viel Platz hier gut zu gehen Ramp Range hat noch 2 3 5 4 4 ja ja aber was soll ich draufpacken ich habe einen Raketenturm und ich habe einen ähm Gatling hm Blitzraum haben wir glaube ich noch gar nicht doch wie vorne direkt neben dir nach da stimmt ähm Hafe vielleicht Hafe hm ja warum nicht ich habe kein Geld mehr jetzt schon so mal schauen wohin ich würde da direkt neben das Gatling hinten rein also hier ja ja so so Du bist ja was ich interessant finde mhm als wir diese Map das erste Mal gespielt haben kam ohne jegliche spezielle Schwierig Schwierigkeitsmodi Leute zum Kern und haben Schaden gemacht Musst du lange an diesem Satz überlegen deswegen hat der so lange gedauert damals hatten wir nicht so schöne Zürme und vor allem keine Amp und vor allem keine Erfahrung in dem Spiel das auch das auch und Hochgeschwindigkeitssocker naja so viel schneiden wir brauchen ja nicht haben aber 800 HPs ich weiß nicht wie ist der Kopf hier zu viel genauso groß ja hier am Maximum der Kopf zeigt dir nur wie viel äh oder was denkst du da bis sie haben wow ok der ging schnell wow ok der ging schnell fach fach Das ist noch besser, wenn man mit der Klapparmt. Ich vergifte die gerade, vergifte ich. Ja, wenn man mit der Klapparmt. Die Zeit ist schon ziemlich praktisch. Zeitlimit... ...Walker? Keine Ahnung. Ich baue mal ne Gaos. Ich hab da jetzt Lust drauf. Ist okay. Irgendwas zum Upgraden noch? Ja, hier die Harfe, ne? Den Rest dann in die Gaos. Sicher, dass wir ne Gaos brauchen? Wir brauchen ne Gaos. Ja, für die Sauke. Ach, das ist schon die letzte. Ja. Ja. Für die Sauke. Ach, das ist schon die letzte. Ja. Ja. Ich hab mir einen Sorker vergiftet, ne? Hecker Die kommen durch Na nö Keine Sorge Das ist bis 20.80 Ich kümmere mich mal um den Sauger, der hat viel zu viel Leben Der zweite Sauger auch Oh, shit Oh All right, focus this time Mehr Schaden an Strachstellen Ja Besser und stärker, Hercules und Teamplayer Und 15 Ja Ich nicht 347 Wieso bin ich der einzige, der jetzt nicht die 15 gekriegt hat, hm? Ähm Focus Man kriegt Boney Für, wenn man Most Valuable Player oder so ist Toll Können Arsch Und das durchschlagende G Schön für euch, das habe ich alles jetzt nicht, ne? Ja Nächstes Mal hast du's halt dann, also Oh ja, nächstes Mal Na, nächste Runde halt Oh ja, nächste Runde, yay Ja komm, das geht schnell Boah, das durchschlagende G ist schon toll Ja Ihr werdet immer alles vor mir haben, wisst du das? Naja Bisschen Nur wenn's gerade so umsitzig liegt Klar, doch dann Durchdringen das Ziel in der Schwachstelle und verursacht 200% Schaden am Gegner dahinter Mhm Interessant auf jeden Fall Oh Oh Leute Was denn Gut ihr auch mal was, oder wollt ihr nur während wir noch im Menü sitzen und lesen, danke Während du im Menü sitzt Ich las nicht im Menü, was soll ich tun sein? So Hier davor Boah, das war auch ohne Kraftakte schon schwer Naja, geht Regen Ja oder einfach noch So Was haben wir jetzt bekommen? Ein Fokus Was ist das? Ich anfange Das ist praktisch der Durchlaufende Strahl Oh Den will ich Den will ich Den will ich Jo dann nimm du den Wirst du gucken was du rausgmeißt jetzt stattdessen Ja und Slow Korbi hat glaub ich auch noch Slow Ja Okay Cool Ein Fokus Kursion Cool, zeig mir was ich alles nicht hab Das nervt mich einfach so n bisschen Das glaub ich Das glaub ich These will work nicely Perfect Ich will den gleich mal ausprobieren Alter, der ne riesen Range So, Moment wartet mal Wenn wir die Turm ja besser nicht abbauen sollten Dann spare ich mir mal zwei auf Für die nächste Runde Für die nächste Runde Oder eine Gut eine Nein Die ähm Die ähm Die ähm Die Plattform kriegt man ja immer wieder Kannst ja keine halben Plattformen Die Plattform ja, aber wir haben hier hinten einen Turm platzieren und so weiter Ach das ja Was kommt denn hier raus? Da ist da nichts drauf Gehört Zwei große und 21 kleine, die können wir theoretisch auch so kaputt machen Ja, haben wir damals auch Ja, komm Sicher, dass wir nicht irgendwas platzieren sollen Eine Sache können wir platzieren, aber ich sprach mir meine Punkte auf Was können wir platzieren? Du hast nicht überlegt Du willst unbedingt den Strahl platzieren, aber den würde ich unten platzieren Neben die Gauss Denk ich mir auch, weil der hat ne riesen Range Ah, hat der Okay Ja, dann Kommt dann nehmen wir eine Plattform Puh, hier links oder hier rechts? Da, wo du gerade stehst Okay Dann mach mal Das wird doch interessant Gert Der reicht fast bis zum Kern Ich schätze, wenn er aufgerichtet ist, reicht er bis zum Kern Okay Das sieht auf jeden Fall schick aus Fast wie wenn man sich reinsetzen könnte Ich stopp da mein Geld rein Ne, du hast sie in mich reingestopft Ja, weil du dich vor mich stellst Äh, das Presse, das ist der Ausdruck, den Markus verwendet Ne, Frank Ihr beide Eigentlich kann man sogar noch auf 3 bringen Auf Platz 1 sah der einfach aus wie ne komische Flacke, die man nicht reinsetzen konnte Ja, jetzt nicht mehr Nö Weil du jetzt nicht mehr reinsetzen kannst Cool, jetzt sind Sägezähne dran Das wird unangenehm, aber es geht Wollen wir es nochmal upgraden? Passt so Ja Es passt so schön exakt Okay, die Range vergrößert sich anscheinend nicht Naja, egal Aber er reicht bis zum Kern Aber er reicht bis zum Kern Okay, also Ja So, dann auf nach da oben Ja, dann auf nach da oben Ja, auf der anderen Seite nochmal einen I'm ready Hast du eigentlich inzwischen nen'n Phönix? Ne, ne? Nö, nö Ich weiß echt nicht, wie ihr das schafft Äh, wir werden in die Ecke gedrängt und lassen uns schlagen, damit die nicht sofort alle zum Kern laufen Ja Ja, wie kann man doch hier rumleiten? Ja, wie kann man doch hier rumleiten? Ja Auf die Türme Arsch Ach, recht hier lagen die noch Ach, recht hier lagen die noch Wie die was? Wie die was? Wie die Kranich Wie die Kranich Geht bei mir hier grad runter Ja Wie die Kranich Ja Wie die Kranich Selbstmord Ja, irgendwie Wie Suizidgals Wie geil So, Plattform aufsparen Ich glaub hier kommen dann entweder ne Gatling oder ne Harfe hin Plattformen müssen wir ja nicht aufsparen Ich leg ja erstmal die Minen wieder hin Die brauchen wir da hinten halt, ne? Ja, die kann man ja wieder abbauen, die Plattform Apropos Minen, ich überleg grad Minenspender macht sogar vielleicht Sinn Ja, theoretisch Pack den einfach mal dahin Joa, passt Aber abgrennen tue ich ihn erstmal noch nicht Dann mach ich das halt Na gut Weil ich schon angefangen hab, bevor du es gesagt hattest So Harfe? Jo Wenn du willst Na, mal schauen Hier deckt's am meisten ab Drück da hinten mal wieder den schönen Knapp, der die Türen schließt, ne? Hehehe Verstehst du die Türen wirklich? Warte, der macht die... Der macht die... Der hat hier die Türen geöffnet, genau Also hier oben ist die Türen noch auf Und ich mein, letztes Mal war das eigentlich nicht so Das eine Mal war die zugegangen, ne? Mhm Ich bin grad hier wieder unten im Bereich, wo hier der eine mit Tockstaben hier fixiert wurde Ja, da wo der Turm durch die Decke kommt Der Schatten davon, ja Ja, wollen wir da Äh, ich bin aber noch hier unten vielleicht Ja, also starten Also irgendwas britzelt hier auf jeden Die Kantine mal zulass eine Mal, ne? Ja, ich hab dich in der Luft getrotten Ja Du did gut Moment, ich leg dir mal die eine Mine aus Ich leg dir einfach ganz drastisch hier hin, komm, passt Ich bleib mal hier oben in der Kantine Ich bleib mal hier oben in der Kantine Ich bleib mal hier oben in der Kantine Ich hab mich voll gelassen, ich hab's ja an mir beschäftigt, ne? Mhm Alter, da kommen da viele Und die rennen alle zum Heeren Ich geh' schon mal hier oben in der Kantine Ich geh schon mal hier oben in der Kantine Heile, wie schau' ich Ich geh' schon mal hin Ja, aber im Endeffekt wahrscheinlich ein Wehrpflichtiger. Kann doch gut sein. Nice. Ja. Ach, die kleine Reben auch. Ja. Hab's bisher noch nicht verstanden. Der Kerner hat voll viel Schaden schon genommen. Dafür hast du es eigentlich. So, ne? Joa. Dafür sind Kraftwerke ja da. Nein, der war falsch. War der falsch. Stimmt, der muss hier. Perfekt. Achso. Jetzt muss man sein. Geht übrigens ein Min total abseits. Kein Min total abseits. Wo liegt überhaupt? Alter. Hier kommen ja eh keine. Also nehm ich hier die Dinger mal weg. Du kriegst nur die halben... Achso. Nicht nicht. Ja okay. Nur die Teile, ja. Weckereiste. Mhm. Wir hatten schon der Freizeitbereich. Wieso kommt man da nicht hin? Ich hab' da ne Miner. Oh, letzte. Kann man machen. Du musst bloß aufpassen, nächste Runde brauchen wir wieder vier Blöcke. Okay. Für. Thanks. Ich hab' ab nächstem Teil kommen, aber wirklich von beiden Seiten also. So, dann leg ich hier nochmal die eine Mine aus. Weil die Minen waren echt hilfreich. Minenturm ist Level 2, ich mach' mal Level 3 gleich daraus. Ja, Kleinvieh kommt ja jetzt eh nicht mehr. Trotzdem. Vielleicht ne Kanone hier noch irgendwo hin. Na, mach' mal Platz auf 3. Ja. Kann da was passieren? Gattling oder so, kann man auch machen. Oh, jetzt hab' ich dir schon wieder Geld gegeben, oder? Nee. Nee, erst nicht. Kann auch ne. Man muss nicht so unglaublich negativ drauf sein dabei. Mhm. Jetzt hab' ich dir schon wieder Geld gegeben. Meine Fritz, das kann nicht wahr sein. Ja, du verschwendest es doch eben bloß für Alkohol und Drogen. Nicht von sich selbst auf andere schließen. Haha. Das ist schön. Da. Verschwendest es für Alkohol und Drogen. Mach' ich gerne. Mach' du doch schon Angst? Ja.